Ein Mann erlitt einen Herzinfarkt und wurde an einem Bypass operiert. Als er aufwachte, betrachtete er sich in der Obhut von Nonnen in einem katholischen Krankenhaus. Während er sich erholte, verlangt ihn eine Nonne, wie er die Rechnung bezahlen wolle. Er antwortete mit rauer Stimme, keine Krankenversicherung. Die Nonne fordert ihn auf, ob er Geld auf der Bank habe. Er antwortete, kein Geld auf der Bank. Die Nonne fragen, haben sie einen Verwandten, der ihnen helfen könnte? Er sagte, nur eine ledige Schwester, die Nonne ist. Die Nonne, leicht beunruhigt, sagte, Nonnen sind keine alten Jungfern, Nonnen sind mit Gott verheiratet. Der Patient erwiderte, dann schicken sie die Rechnung an meinen Schwager.